So, hier sehen Sie die Hammelburger Stärche, die Stadtverkehr. Wir sind hier in der Dahlbergstraße beim Walder Ruppert und schauen uns heute mal Hammelburg von hinten an. Da fliegen die ganzen Stärche und Schwalben und hier sehen Sie den schönen Ausblick von hier. Hier ist der Matthias und da ist der Walder. Hallo Walder, sag mal schön grüß Gott. Hi, grüß Gott.